Hi und herzlich willkommen hier zu unserem Startup Willi Adventskalender. Heute kommen wir zum 22. Türchen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Foxham ist ein Startup aus Köln, das mittlerweile fünf Mitarbeiter hat und in diesem Jahr gegründet worden ist, um genau zu sein, im Mai diesen Jahres. Prinzipiell ist Foxham ein digitales Beratungsunternehmen. Und zwar nicht ein normales digitales Beratungsunternehmen, sondern nutzt die Sparmentelligenz. Das heißt, die Nutzer, die Kunden und wir als Volk, sage ich mal mehr oder weniger, übernehmen die Beratung und können darauf Einfluss nehmen bzw. können unseren Senf dazugeben. Und so soll die Beratung viel effizienter, viel schneller und auch viel kostengünstiger für das Unternehmen sein und natürlich auch viel marktnäher. Das Ganze konzentriert sich auf kleine, mittlere und große Unternehmen, aber auch viel auf Kommunen und Bildungseinrichtungen und möchte dort halt das Ideenmanagement auch ein bisschen revolutionieren und einfach viel, viel mehr Kundenfeedback zulassen. Das Ganze muss dafür natürlich sehr, sehr intuitiv sein, sehr, sehr leicht gemacht sein, dass das Eingabe von dem Feedback sehr, sehr leicht ist, aber natürlich auch vertraulich ist, sodass die Ideen, was eingereicht werden, auch nicht an x weitere weitergehen wird, sondern da auch einfach vertraulich damit umgegangen wird. Für jede gute Antwort gibt es eine Prämie von dem dementsprechenden Auftraggeber bzw. für das beste Feedback meistens auch eine sehr, sehr große Belohnung. Wichtig ist dabei natürlich, dass es sehr, sehr individuell ist, auch für die dementsprechenden Unternehmen, die dort Fragen stellen und da nicht einfach eine weitere Ratgeberseite ist, sondern einfach die Crowd einfach optimalerweise adressiert und da das Feedback zulässt. 2017 wurde die ganze Plattform konzipiert, genauso wie programmiert und auch verschiedene Pilotprojekte schon durchgeführt. Die Projekte waren bei Kommunen genauso wie bei Unternehmen, das heißt, da auch viele verschiedene Arten schon durchgegangen, was natürlich für die Etablierung und für die Validierung des Geschäftsmodells auch sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, in die Beta-Phase dieses Jahr lief sehr, sehr gut und so soll 2018 das erste Großprojekt mit dem ersten großen Unternehmen gestartet werden, was natürlich dann auch immer ein schönes Leuchtturmprojekt ist bzw. einfach eine schöne Referenz ist und dadurch soll 2018 für foxham.net richtig losgehen und die Plattform weiter ausgebaut werden. Ich wünsche euch natürlich foxham ganz viel Erfolg bei eurem Projekt, dass ihr ordentlich viel Gas gebt, dass ihr gut vorankommt. Falls ihr foxham unterstützen wollt, dann gebt diesem Video genauso wie dem Facebook-Post zu diesem Video einen Daumen nach oben innerhalb von den nächsten 48 Stunden. Danach sammeln wir die Likes und das ist dann die Basis für unseren Startup-Willi Adventskalender, für die Verlosung bzw. für die Vergabe der Gewinne. Falls ihr euch für Startups, für Gründer, für die Hürde der Löwen oder ähnliches interessiert, schaut euch gerne hier auf dem Startup-Willi YouTube-Kanal um. Es sind bestimmt einige Videos dabei, die euch gefallen. Lasst uns auch gerne ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns morgen im 23. Türschen hier auf Startup-Willi. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei allem, was ihr macht. Bis dahin, ciao. Tschüss.